Man denkt halt immer, Arbeit kann sich gar nicht so wie Spielen anfühlen, weil das, was ich hier mache, das ist Spielerei, das ist eigentlich den ganzen Tag Spielen und irgendwie funktioniert es komischerweise auch noch. Ja, so, auch wenn ich jetzt noch am Anfang bin, ja, es ist jetzt noch nicht so, dass ich mich damit vollfinanzieren kann, aber solange, keine Ahnung, mache ich noch irgendeinen Job nebenbei und was weiß ich und dann fügt sich das irgendwann oder auch nicht oder was weiß ich, aber wenn ich es jetzt nicht rausfinde, dann werde ich es meinen Lebtag nicht mehr rausbekommen und nicht mehr wissen, ja. Dem gehe ich halt einfach gerade nach und schaue, okay, ist es das und jetzt lass uns mal gucken, was passiert, was möglich ist, ja, auch wenn ich, und das ist ein Spiel, da weißt du nicht, wie es ausgeht, ja.